Yo, 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 was geht ab, Rasselbande? Ich hoffe, es ist alles cool bei euch und alles fresh und ihr seid gut drauf. Ich konnte mich die letzten Tage auf jeden Fall gut aufregen, denn unser Klo zu Hause war verstopft. Und das ist nicht nur ein kleines, oder es ist erst ein kleines Problem, aber nach einem Tag wird es zum großen Problem. Und das ist, worum es heute geht, um die Mitbewohner, die einen da ziemlich aufregen können. Also, wie ihr wisst, bin ich ja umgezogen und ich wohne natürlich nicht alleine, weil es unbezahlbar ist. Daher wohne ich in einer WG und das ist ganz cool. Wir haben eine Haushälfte mit mehreren Leuten, die ich vorher auch alle nicht kannte. Und ja, ich verstehe mich mit den meisten Leuten super, aber es gibt ein, zwei Leute dazwischen, die einfach einen konstant aufregen können. Wenn es ums Saubermachen geht, wenn es um die Dusche geht, wenn es um einen Reinigungsplan geht oder wenn es um die verstopfte Toilette geht. Denn das Ganze fing wie folgt an. Es hat jemand in die Gruppe geschrieben, die Toilette ist verstopft in unsere Wohngemeinschaftsgruppe. Und ich denke mir, okay, ist nicht so nice, diese Person wird sich bestimmt darum kümmern, wenn es sie zu Hause ist. Dann, abends komme ich nach Hause, nach der Uni, bin erschöpft, ist die Toilette immer noch verstopft. Und dieser Typ, der in die Gruppe geschrieben hat, fragt mich einfach nur, ist die Toilette jetzt nicht mehr verstopft? Habt ihr euch darum gekümmert? Und ich hatte schon Puls und ich sage ihm nein. Ich bin gerade erst von der Uni wiedergekommen. Ich dachte, es hat sich schon jemand anders drum gekümmert. Und ich bin auch gerade erst wiedergekommen, um mir das Ganze überhaupt anzugucken. Ich gucke mir das Ganze an. Natürlich eine gut verstopfte Toilette. Muss ich euch nicht beschreiben, wie sowas aussieht. Ich glaube, das wollt ihr auch gar nicht wissen, wie es ausgesehen hat. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, Kacke, muss was machen. Ich habe mit meinen anderen Mitbewohnern gesprochen, mit denen ich mich gut verstehe. Und der eine meint halt, ja, da brauchst du so einen Plagg, um das da rauszuziehen. Und der andere hatte den Vorschlag, ja, wir kaufen so eine Säure und schütten die da rein, so eine Flüssigkeit. Und die löst dann diese ganze Verstopfung. Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, dann kümmert sich da jemand drum, dass die Säure gekauft, dann ist alles gut. Und mein Mitbewohner hat sich dementsprechend auch darum gekümmert, hat zwar ein bisschen gedauert, hatte dann am nächsten Tag diese Säure. Und dieser Mitbewohner, der in die Gruppe geschrieben hat, der mich schon so aufgeregt hat, fragt am nächsten Tag morgens wieder, ja, geht die Toilette jetzt wieder oder geht sie nicht? Und ich gucke ihm an, nein, sie geht nicht. Und der so, ja, okay, dann geht einfach wieder weg. Anstatt sich selber mal darum zu kümmern und selber mal einen Vorschlag zu machen, was zu machen, wartet er einfach die ganze Zeit, bis die Toilette wieder nicht mehr verstopft ist. Und das Schlimmste noch, dass von ihm die Freundin bei uns wohnt, die kann dann ja auch nicht einfach rausgehen zum Pinkeln, was zum ekligen Resultat führen musste, dass sie anscheinend irgendwo in die Dusche gepinkelt hat oder gepisst hat. Wie soll ich sagen, das hat mich übelst aufgeregt. Der Typ regt mich immer noch so was von auf, weil es einfach ein unordniger Mensch ist. Der kommt die ganze Zeit so rüber, ja, ich bin erwachsen und ich stehe mitten im Leben und ihr seid ja alle ja nur so kindisch, lässt aber die ganze Zeit überall seine Sachen liegen, macht nicht sauber und kümmert sich dann noch nicht mal um solche Sachen im Haushalt. Und ich dachte mir auch, ich will mich jetzt nicht schon wieder um alles kümmern, da soll sich jemand anders drum kümmern. Ich habe mit meinen Mitbewohnern gesprochen und der eine, mit dem ich mich da auch gut verstehe, hat dann gesagt, ja, ich habe noch eine Möglichkeit gefunden, wie wir das machen können, hat das halt mit so einem Plug gemacht. Und dann hat es auch funktioniert. Aber das hat halt auch dementsprechend lange gedauert, weil es die ganze Zeit niemand für sowas verantwortlich gefühlt hat. Genau dasselbe ist mit dem Putzplan. Ich kann mich über sowas einfach aufregen, aber was ich euch nur ans Herz legen kann, wenn ihr in einer WG zieht, erstellt direkt einen Putzplan, zwingt die Leute dazu, ihre Sachen zu machen. Und seid serious und seid nicht zu freundlich zu den Personen, wenn sie ihre Sachen nicht machen, weil sonst endet das so, dass die Leute sich denken, dass sie sich alles rausnehmen können. Ich glaube auch, teilweise liegt es daran, wenn man aus anderen Kulturen kommt, wenn man aus verschiedenen Kulturen Leute bei sich wundert, haben die auch andere Reinigungs- oder Reinigkeitsansprüche, aber trotzdem muss sowas einfach laufen. Ja, das war die Story von der verstopften Toilette. Wie ihr hört, habe ich mich gut in Rage geredet. Und ich hoffe, ihr konntet euch darüber amüsieren, dass ich zwei Tage keine Toilette habe. Fragt nicht, wie ich es durchgestanden habe. Immerhin bin ich noch am Leben. Ja, was mich interessieren würde, hattet ihr auch schon mal solche Vorfälle bei euch in der WG oder zu Hause, dass euch Leute so aufgeregt haben, weil sie sich einfach um solche Kleinigkeiten nicht kümmern oder weil sie sich generell nicht um Sachen kümmern und einfach das aussitzen, bis sich jemand anders drum kümmert. Kennt ihr dieses Gefühl, dass man sich darüber so aufregen muss? Ich hoffe schon, denn dann könnt ihr ja meine Story nachvollziehen. Das war's schon mit der Story. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Hoffe, dass ihr in die Kommentare schreibt und wir unten nice diskutieren können, auch wenn es nicht unbedingt das heftigste Thema zum Diskutieren ist, aber ich würde mich auf jeden Fall auf eure Storys freuen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.